ja hallo freunde und willkommen zu einem neuen let's play mit mir das hier aus der serie fernfahrt ja und heute ist ein echt trauriger anlass denn manfred krug alias franz merdonk ist leider verstorben und ich bin sehr traurig darüber was auch zu dem entschluss mich gefasst hat die serie fernfahrt also diesen klassischen sinne fernfahrt classic mit der maschine von franz merdonk wird meine letzten folgen sein also mit diesem fernfahrt werde ich sicherlich fortsetzen aber in einem anderen format wie zum beispiel in norwegen oder finland erkundung auf der pro mode und solche geschichten oder nach rumänien fahren ja diese klassische gesagt fernfahrt wird ja aus aktuellen anlass also gestrichen weil wie gesagt ich möchte das nicht mehr machen es ist sozusagen heute eine manfred krug gedächtnis fahrt und ja wir werden heute nach ja also ich es ist eine fahrt von igmenza in griechenland nach tripolis in libyen und zwar navigationsgeräte und ja also flugzeuginstrumente so fluginstrumente für flugzeuge so wir machen erst mal ja das ist die franz merdonk maschine die erkennt 16 32 wir steigen ein und wir werden ungefähr bis nach auf der flugzeuge so vom gemeldet ihr schreibt ja noch etwas blöd für flugzeuge so Ich bin auch sehr traurig darüber, dass Manfred Krug verstorben ist. Mein Beileid gilt natürlich seine Familie. Ja, obwohl ich habe viele Artikel gelesen über Manfred Krug über seinen Abschied, also dass er verstorben ist. Keiner hat nur die Serie auf Achse erwähnt, ich weiß nicht warum, es war kein Schandfleck. Ja sicherlich hat er auch mehrere Rollen gespielt, nicht nur... Nicht nur Franz Merdonken in der Serie, also in der Serie auf Achse, sondern auch Liebling Kreuzberg, war auch so einer seiner berühmten Rollen. Und was vielleicht viele von euch nicht wissen, der Manfred Krug, der hat auch gesungen, er war Jazz-Sänger. Und der hatte auch einen geplanten, auch ziemlich erfolgreich. Aber wie gesagt, da ich ja von der Serie auf Achse begeistert bin, wird er für mich persönlich auch so der Franz Merdonk sein. Manfred Krug ist am 8. Februar 1937 geboren in Duisburg. Ist nach Berlin umgezogen. Ja, sein Vater war... Hat im Stallwerk gearbeitet. Er arbeitet auch mit 14 Jahren im Stallwerk. Ja... Aber... Aber... Da hat er auch nicht lange... 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 gearbeitet. Weil... Es war auch... Eine Krankenarbeit, ich weiß, es ist... Nicht leicht dort zu arbeiten. So... Und... Und... Ja, wie gesagt, er ist aus der DDR geflogen nachher. Ja... Er hat in der DDR geliebt. Und... Danach ist er geflohen. Ja... Ich bin auch jetzt ein bisschen emotional gerührt, dass... Ja... Ja... Halt verstorben ist. Aber ich habe mir auch gedacht, ne... Ich weiß nicht, also... Ihm zu ehren, ne... Die Serie nicht fortzusetzen, weil... Ich will das auch nicht ewig machen. Das war auch so... Ein Projekt, ne... Das... Äh... Ich so... Ja... Fortsetzen... Ich hätte es... Ja... Weiter fortgesetzt, ne... Ziel war auch immer nach Nordafrika zu kommen. Wie in der Serie. Bei den... In der Serie sind sie viel... Nordafrika gefahren. Ja... Wir werden auch... Äh... Jetzt... Äh... In diesen Folgen, ne... Also... Wer... Werden wir bis... Nach Libyen fahren. Bis nach Tripolis. Ja... Sind über 1300 Kilometer. Und der erste Aufenthalt... Wird den... Prevesa sein, oder so... Wie das... Wie die Stadt da heißt. Also hier... Griechenland doch. So... Ja... Manfred Grücken war auch ein... Hervorragender Schauspieler. Wie gesagt... Hat sehr viele Serien mitgespielt. Ja... Eine davon ist auch ein... Lieblings... Kreuzberg... Na... Er hat in vielen Tatorten mitgespielt. Und... Ja... Mein Beileid... Na... Dass er gestorben ist. Und... Mir fehlen so ein bisschen die Worte... Muss ich auch sagen... So... Wir sind hier in Prevesa gekommen... Auf Prevesa... Oder so... Keine Ahnung... Wie man das ausspricht... Wie man das ausspricht... Wenn... Na... Wir halten... Erstmal an, ne? Ich werde jetzt erst mal auf dem Parkplatz fahren, dann der Werkstatt und dann der Werkstatt ja freunde da würde ich mal sagen bis demnächst bis zur nächste folge und ja wir sehen uns demnächst wieder wir setzen die fahrt bis nach tripolis fort ich danke euch für eure aufmerksamkeit ich bin auch da wir auch noch das lieblich und in dem sinne manfred krug wo ein frieden ich danke euch wir sehen uns demnächst wieder bis dahin freunde wünsche ich euch alles gute und allzeit gute fahrt